Und es geht darum, dass praktisch in Russland ziemlich viele deutsche Siedler im 17., 18., 19. Jahrhundert rübergegangen sind nach Russland und Ukraine und auf die Krim und haben dort deutsche Siedlungen gebildet und haben dort mehr oder weniger ziemlich isoliert von der lokalen Bevölkerung gelebt. Viele haben sich aber auch unter das russische Volk gemischt, als Handwerker oder in den Städten gearbeitet und es gab auch eine gewisse Vermischung. Und beim Ersten Weltkrieg, da ging die Unterdrückung los, weil da verstärkten sich die Stimmungen gegen die Deutschen. Es gab vorher schon Spannungen, weil die Deutschen wirtschaftlich begünstigt wurden von der Regierung, also steuerliche Begünstigungen und militärische. Die Deutschen mussten nicht in der Armee dienen, weil Militär ihren Pflichtdienst mussten sie nicht leisten. Und auch steuerlich wurden sie begünstigt, haben Land bekommen und das Land durften sie bearbeiten. Dadurch kam es auch zu Spannungen zwischen russischer, ukrainischer und deutscher Bevölkerung. Und als der Erste Weltkrieg losging, da verstärkten sich natürlich die ganzen Spannungen. Die Deutschen wurden für Spione gehalten. Es hat immer geheißen, die Deutschen würden für Deutschland spionieren. Und dadurch wurden sie natürlich unterdrückt. Und da ging es schon los mit der Umsiedlung, also Zwangsumsiedlung Richtung Volga. So, und da steigen wir wieder ein. Bei der Sowjetunion. Es gab die Zwangskollektivisierung oder Kollektivierung und die Getreidebeschaffung für die Ernährung der Städte. Das gab es in der UdSSR, gab es aber vor der UdSSR auch, beim zaristischen Russland, gab es genauso diese Getreidebeschaffung. Es wurden also nicht, haben nicht die Bolschewiken sich das ausgedacht, sondern das gab es immer, vor allem in der Kriegszeit. So, bei der Zwangskollektivierung wurden halt viele Deutsche dann als Kulaken abgestempelt und zwangs, umgesiedelt zwangsweise. Unter den in ihren Ortschaften verbliebenen Deutschen wurden kontrarevolutionäre Gruppierungen entdeckt. Also, kontrarevolutionäre, das bedeutet, also du widersetzt dich der Revolution und das hat jeder natürlich diesen Stempel bekommen, der sich gegen die Kollektivisierung oder Kollektivierung gewehrt hat. Weil eben Kollektivisierung, Kollektivierung mehr oder weniger durchgesetzt werden sollte. Und lokal wurde einfach das Ganze übertrieben, die Leute wurden nicht gescheit eingeschult. Ich habe da mehrere Bücher drüber gelesen. Es wurde eigentlich mehr von den lokalen Regierungen das meiste verunstaltet. Die haben einfach viel zu oft mit der Gewalt übertrieben und mit der Kollektivierung, weil eigentlich sollte ja die Kollektivierung nicht so schnell vonstatten gehen. Es gab tatsächlich sogar vom Stalin ein Artikel, wo er schrieb, dass die Leute viel zu schnell in die Kollkosen eingruppiert werden und mit viel zu viel Gewaltanwendung und das viel zu brutal. Und nachdem er diesen Artikel veröffentlicht hat, wurden viele, durften viele wieder aus den Kollkosen austreten. Und viele, die zwangsdeportiert wurden nach Sibirien, die durften dann wieder zurückkommen in ihre Ortschaften, in die ursprünglichen. Aber das hätte man vorher machen müssen und Leute gescheit aufklären, damit es dazu gar nicht kommt, zu dieser Gewalt. Und das war das Problem dabei. Weil es wurden da schon viele verurteilt, viele ermordet bei der ersten. Und da wurden auch kontrarevolutionäre Gruppierungen entdeckt und das Personal von Partei- und Sowjetorganen wurde in mehreren Wellen gesäubert. Die Lage der Sowjetdeutschen wurde nach der Machtübernahme Hitlers in Deutschland noch dramatischer. Nun wurden sie vom Regime zusätzlich als Handlanger nationalsozialistischer und faschistischer Organisationen als antisowjetische mit deutschen Faschisten in Verbindung stehende Elemente betrachtet. Und wer ist schuld? Zwischen 1933 und 1936 waren Ukraine Deutsche, die aus dem Deutschen Reich finanzielle Hilfe erhalten hatten. Oh, sie hatten sogar Geld aus dem Deutschen Reich gekriegt. Ja. Also der Wahnsinn. Und diese Leute wurden natürlich staatlichen Repressalien ausgesetzt. Aber ich muss sagen, Leute, wenn ich jetzt in ein anderes Land jemandem Geld schicke und dann wird überprüft, wofür das Geld da ist und das ist für irgendeine gesetzeswidrige Tätigkeit, ja, dann braucht man sich echt nicht wundern, dass man dann irgendwelchen Repressalien ausgesetzt wird. So, 1935 wurde eine Zwangsumsiedlung von Polen und Deutschen aus den westlichen grenznahen Gebieten nach Kasachstan angeordnet. Und da waren meine Vorfahren dabei, aber erst 1941. So, ihren zwischenseitlichen Höhepunkt erreichten die Repressalien während der Durchführung der sogenannten nationalen Operationen. Dabei handelte es sich um eine gezielte Verfolgung der als kontrarevolutionär stigmatisierten Minderheiten. Der Verfolgung der Deutschen wurde dabei das oberste Priorität beigemessen. Im Laufe der deutschen Operation erfolgten mehr als 65.000 Verhaftungen, wobei der durchschnittliche Anteil an verhängten Todesurteilen 70% betrug und in einigen Regionen sogar 80% Marke überstieg. Was bedeutet das? Deutsche Operationen, da wurden 65.000 verhaftet und 70% Todesurteile im Schnitt. Das bedeutet, ca. 40.000 wurden hingerichtet bei dieser Umsiedlung. In den unterschiedlichen Kategorien von Personen, die Repressionen ausgesetzt waren, sowie unter allen Gulag-Häftlingen, waren die Deutschen überproportional vertreten. In Folge der Repressalien wurde die Gesamtzahl der Deutschen in der ukrainischen Sowjetrepublik vor allem in den Grenzgebieten spürbar dezimiert. Im Zuge des Hitler-Stahlen-Paktes und den deutsch-sowjetischen Umsiedlungsverträgen verließen 1939 bis 1940 ca. 65.000 Deutschen den polnischen Teil Woliniens, also nochmal 65.000 Deutsche, verließen den polnischen Teil Woliniens. Ca. 55.000 Deutsche Galizien, das ist der östliche Teil von der Ukraine, glaube ich, sowie ca. 90.000 Deutsche die bis dahin rumänischen Gebiete Bessarabien und ca. 20.000 die Nord-Bukovina. Die genannten Gebiete wurden der Sowjetunion einverlebt. Ja, da steht nur, dass die Gebiete verließen, aber in welche Richtung, wohin? Nach dem Ausbruch des deutsch-sowjetischen Krieges am 22. Juni 1941 wurde neben der Einberufung zur Roten Armee eine ganze Reihe von Zwangsdeportationen sowjetischer Zivilisten ins Landesinnere durchgeführt. So, und da waren jetzt meine Vorfahren dabei, die sind direkt nach Kasachstan umgesiedelt worden. Während durch den schnellen Vormarsch der Wehrmacht die westlichen Teilen der Ukraine von diesen Umsiedlungen weitgehend verschont geblieben sind, fanden die deutschen Einsatzgruppen und Sonderkommandos östlich des Dnieper und auch auf der Krim überwiegend das Streudeutschtum vor, weil die Mehrheit der Bürger deutscher Nationalität musste dort auf Befehl des sowjetischen Militärs ihre Ortschaften verlassen. Nichtsdestotrotz blieb er ein nicht unwesentlicher Teil der sowjetdeutschen unter deutscher Besatzung. So wurde 1942 ihre Zahl auf dem Gebiet des Reichskommissariats Ukraine von den Besatzungsbehörden auf etwa 200.000 Personen geschätzt. Ca. 130.000 wurden in rumänisch besetzten Transnistrien registriert. Trotz dieser ganzen Umsiedlungen, Verhaftungen, Hinrichtungen immer noch 200.000 Deutsche in der Ukraine und 130.000 in Transnistrien. Der Forschungsstand Die Ukraine-Deutschen stellten die einzigen zahlenmäßig bedeutsame Gruppe innerhalb der Deutschen in der Sowjetunion dar, deren Bevölkerung in großen Teilen unter deutsche und rumänische Besatzung geriet. Die Geschichte dieser Jahre fand lange Zeit wenig Beachtung, ehe Ingeborg Fleischauer und mehr Buchsweiler ihre Untersuchungen zu dem Thema vorgelegt haben. Beide Autoren setzten sich mit der NS-Besatzungspolitik gegenüber den ukrainischen Deutschen auseinander, mit zuständigen nationalsozialistischen Institutionen und Akteuren, die den Auftrag erhielten, in Transnistrien bzw. Reichskommissariat Ukraine für die Erfassung und Betreuung der volksdeutschen Sorge zu tragen. Bei Buchsweiler stand darüber hinaus die Frage nach Identitäten und Selbstverständnis der ukrainischen Deutschen im Vordergrund, und zwar vor, während und nach dem ersten Zusammentreffen mit den Besatzern. Auch wurde in diesen Untersuchungen die Frage nach der Verstrickung der Volksdeutschen in die Judenvernichtung gestellt und soweit es die damalige Quellenlage ermöglichte, beantwortet. Nach dem Historikertag in Frankfurt am Main 1998 fand die Ostforschung und deren Rolle im Dritten Reich Aufmerksamkeit in der deutschen Geschichtswissenschaft. Es erschienen zahlreiche Publikationen über die Tätigkeiten einzelner Einrichtungen, Sonderkommandos oder Akteure, die die NS-Politik in den besetzten Ostgebieten bestimmt bzw. durchgeführt haben. Englischsprachige Veröffentlichungen trugen dazu bei, die Rolle einzelner deutscher Volkstumsspezialisten während der Besatzung genauer zu analysieren. In der Ukraine begann die systematische Erforschung des Themas Anfang der 1990er Jahre. In den einschlägigen Publikationen der letzten Jahre wurden die umfangreichen Bestände des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete und des Reichskommissariats Ukraine untersucht. Also, ich muss weiter lesen. Warte, ich hole mir kurz ein Getränk. Ach du Scheiße, ich habe mir jetzt gleich einen Dreckskopfhörer. Da habe ich mir gerade drei Haare rausgerissen, glaube ich. Und ich glaube, ich stelle auch langsam um auf die Ohrstöpseln. Ohrstöpseln Ohrstöpseln. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist unglaublich heiß hier, Leute, deswegen brauche ich was Kühles. So, Prost. Es geht also weiter mit der Vorlesung. In der Ukraine begann die systematische Erforschung des Themas Anfang der 1990er Jahre. In den einschlägigen Publikationen der letzten Jahre wurden die umfangreichen Bestände des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete und des Reichskommissariats Ukraine untersucht. Die neuesten Arbeiten zeigen deutlich, dass das Potential der Quellen noch lange nicht ausgeschöpft ist und neue Überlieferungen, die teilweise erst vor kurzem zugänglich gemacht wurden, es ermöglichen, viele Teilaspekte besser zu erforschen und Zusammenhänge herzustellen. Erik Steinhardt nutzte bei seiner neuesten Arbeit die Ermittlungsunterlagen von westdeutschen und sowjetischen Behörden über die Verbrechen der Angehörigen der SS-Kommandos Russland, SKR, sowie Bestände des Archives in Odessa aus der Besatzungszeit und die von den Briten abgehörten Funksprüche des SS-Kommandos Russland. Diese Quellen machten es möglich, die Zusammensetzung des SS-Kommandos Russland zu rekonstruieren und die Besatzungspolitik am Beispiel von Transnistrien detailliert zu beschreiben. Richtungsweisend sind die Ergebnisse dieser Untersuchung bezüglich des Ausmaßes der Verstrickung von Volksdeutschen aus der Umgebung von Odessa bei der Ermordung von Juden Ende 1941 bis Anfang 1942, Dass die Volksdeutschen an Judenexekutionen teilnahmen, ist aus den Memoiren und der Forschungsliteratur bekannt. Bislang ging man aber von Einzeltätern vor allem deswegen aus, weil man über wenige plausible Angaben dieser Tätergruppe verfügte. Erik Steinhardt ist es gelungen, nicht nur den Ablauf von einzelnen Massenexekutionen zu beschreiben, sondern auch nach den Beweggründen der Ukraine Deutschen zu fragen. Aufgrund derer sie sich bereitwillig in den Dienst ihrer SS-Vorgesetzten stellten. Also Leute, wer da zum Beispiel irgendwelche weitergehende Literatur dazu haben will, der kann eben zum Beispiel in den Bücherhandel auf Amazon oder sonstigen Bücherhandel nach Erik Steinhardt oder die Namen, die ich da schon davor genannt habe, suchen. Und da gibt es bestimmt die Bücher da zum Kaufen. So, weiter geht's. Exemplarisch zeigte dies Steinhardt am Beispiel einer Massenexekution in der Nähe von Bogdanovka. Knapp 50 Kilometer nordwestlich von Nikolaev, Staat in der Ukraine, deutlich. Da wo die Russen heute wollten zwar rüber, aber sind dann wieder zurück. Und Nikolaev ist heute noch in der ukrainischen Hand. Dort wurden zwischen dem 21. Dezember 1941 und dem 15. Januar 1942 von rumänischen Gendarmen und Angehörigen des Sonderkommandos Russland 52.000 Juden erschossen und ihre Leichen verbrannt. An diesen Erschissungen nahm neben ukrainischen Hilfspolizisten auch eine ca. 60 Mann starke Selbstschutzeinheit Teil, deren Angehörige aus den ukrainisch-deutschen Ortschaften in der Nähe von Odessa, Virastad, München, Mikhailovka und andere Stammen. Also warum geht es? Als der Hitler auf UdSSR quasi angriff, er ging sehr schnell vor. Die Truppen der Wehrmacht, die gingen sehr schnell vor, haben erst Westukraine sehr schnell eingenommen. Aber aus der Ostukraine schafften es die Sowjets, die ganzen Volksdeutschen umzusiedeln. Nach Kasachstan oder noch weiter. Also meine Vorfahren, die waren eben bei dem Teil dabei, die nach Kasachstan kamen. Die wurden dann in der Steppe ausgesetzt und haben dort in der Arbeitsarmee, da hieß das Arbeitsarmee, da mussten sie Kohle schaffen. Mein Opa hat Kohle geschaffen, den ganzen Krieg über. Der war noch viel zu jung zum Kämpfen, also der war da 13, 12, 13 oder 12 sowas. Ich weiß gar nicht, 27 ist er glaube ich, 27, warte mal, dann war er. Wie alt war er, 1941? 30, 14, 15. Ja, viel zu jung. Also die haben die Deutschen eigentlich arbeiten lassen da. Ein Teil wurde einberufen und hat an der Front kämpfen müssen. Und die Leute, die praktisch geblieben sind in der Ukraine und in der deutschen Besatzung waren, die traten teilweise, also wir haben hier zum Beispiel eine 60-Mann-starke Selbstschutzeinheit, aber das ist nur ein Beispiel. Das heißt, es wurden, es traten mehr Leute der SS bei. Und hier als Beispiel diese 60-Mann-Truppe. Aber natürlich gab, auch in der Verwaltung und so, sind viele beigetreten. Vor allem, weil sie da Deutsch kannten und Russisch natürlich. Und das war ein Vorteil. Aber das Problem sind ja die Leute, die in den Vernichtungskommandos mitgemacht haben. Die haben zwar gut Kohle gekriegt, aber ich muss sagen, eigentlich muss man Geschichte objektiv betrachten. Aber trotzdem bin ich innerlich froh, obwohl das eine Riesentragödie war, dass die ganzen Familien in die Züge verladen wurden und nach Kasachstan gefahren wurden und dort einfach in der Steppe rausgeschmissen irgendwo, weil einfach niemand Zeit hatte, sich um die Leute zu kümmern. Die wurden in der Steppe rausgeschmissen. Es sind etliche erfroren und verhungert. Zum Glück hat es meine Familie überlebt. Das war eine Riesentragödie. Aber ich weiß es nicht, ob es mir lieber wäre, wenn ich jetzt wüsste, mein Opa hat bei der SS mitgemacht, bei der Judenvernichtung. Oder lieber dann bei der Verfrachtung gestorben. Ich weiß es nicht, was mir lieber wäre, obwohl das eigentlich Geschichte ist. Das soll man eigentlich objektiv betrachten, nicht subjektiv. Darf man eigentlich nicht auf sich selbst beziehen. Ich weiß nicht, was ich in der Lage gemacht hätte. Vielleicht wäre ich auch der SS beigetreten. Keine Ahnung. Es ist schwer zu sagen. Oder was sagt ihr? Und warum redet ihr hier von den Ortschaften namens Rastatt, München, Mikhailovka? Also Mikhailovka ist klar, Odessa sowieso ukrainische Stadt, aber Rastatt und München. Rastatt ist doch in Deutschland. Nein, die deutschen Siedler in der Ukraine, die haben Siedlungen angelegt. Und diese Siedlungen nannten sie oft nach deutschen Städten. Also so gab es eine Siedlung namens München, Rastatt, wahrscheinlich sogar mehrere, nicht bloß eine. Es gab eine Siedlung Berlin. Bei uns in Kasachstan, in der Stadt Karaganda, wo ich gelebt habe, gab es die Siedlung Berlin. Also dort haben sie auch das Gleiche gemacht. Auch isoliert, haben sich komplett isoliert von der lokalen Bevölkerung. Einfach deutsche Siedlungen angelegt. So, das wollte ich noch sagen. Weiter geht's. So, nach der Befreiung des Odessa-Gebiets wurden die Ereignisse in der Nähe von Bogdanovka im Winter 1941-42 von einer speziell eingesetzten Kommission untersucht. Ihre Überlieferungen sind nun ein Bestandteil der Akten der außerordentlichen staatlichen Kommission für die Feststellung und Untersuchung der Gräueltaten der deutsch-faschistischen Besatzer. Eine kleine Fotosammlung, die unter anderem auch die Exhumanitionsarbeiten in Bogdanovka dokumentierte, wurde aber nicht nach Moskau verschickt und wird heute im Staatsarchiv des Odessa-Gebiets aufbewahrt. Also da muss man nach Ukraine und nach Odessa fahren und da kann man sich die Fotos angucken. Aber ich habe keinen Bock drauf. Vielleicht, wenn ich mal dort bin. Ja, frieren oder verhungern ist sicher schlimmer, als erschossen werden. Es ging ja nicht um erschossen werden, sondern um andere erschießen, weil die haben ja bei der SS mitgemacht. Das heißt, Erschießung von Juden sowieso und Jagen und Erschießen von Partisanen oder solche, die man als Partisanen verdächtigte und da sind halt sehr viele Zivilisten dann hingerichtet worden, die als Partisanen verdächtigt wurden. Weil jeder, der irgendwo hingang und der nicht vernünftig erklären konnte, wo der hingeht und wo der herkommt, der wurde sofort für einen Partisanen gehalten. Das war schon scheiße. So, angesichts der in der Ukraine verabschiedeten Gesetzes über die Öffnung aller Archive der Sicherheitsdienste aus der Zeit 1918 bis 1991 kann damit gerechnet werden, dass demnächst auch sowjetische Ermittlungsunterlagen aus der Nachkriegszeit der Forschung zur Verfügung stehen werden und neue Ergebnisse zu dem Thema zu erwarten sind. Die Erkenntnisse der letzten Jahre sowie die neuen Quellenlagen machen eine kritische Bestandaufnahme der Forschung in diesem Bereich erforderlich. Im Folgenden werden zunächst die Institutionen und Pläne der Nationalsozialisten bezüglich der Deutschen in den besetzten Gebieten der Sowjetunion kurz charakterisiert, bevor auf die wirtschaftlichen und siedlungspolitischen Maßnahmen eingegangen wird, die das Leben vieler Volksdeutscher in der Zeit zwischen 1941 und 1944 entscheidend bestimmten. Während in den oben erwähnten Veröffentlichungen der Fokus auf die Geschichte der Volksdeutschen und in Transnistrien gerichtet wurde, liegt der Schwerpunkt hier auf den Entwicklungen im Reichskommissariat Ukraine, die anhand teilweise neuer Quellen vergleichend erläutert werden. Nationalsozialistische Institutionen und NS-Pläne. Welche Pläne gab es denn? Wir sind jetzt auf der Seite 11 und insgesamt gibt es 22 Seiten und bei diesem Artikel eine der ältesten Institutionen in Deutschland, die sich mit den im Ausland lebenden Deutschen beschäftigte, war das 1917 in Stuttgart gegründete Deutsche Ausland-Institut DAI. Kennt das jemand? Wahrscheinlich nicht. Das Institut gab die Zeitschrift der Auslanddeutsche heraus, in der Berichte über die Lage der Russlanddeutschen einen wichtigen Platz einnahmen. In den 1920er Jahren wurden in den DAI-Schriftenreihen außerdem mehrere Bücher und Aktensammlungen zur Geschichte der Deutschen im Ausland vorbereitet. Unter den Autoren waren viele, die in den 1930er, 40er Jahren vor Ort aktiv werden sollten, zum Beispiel Georg Leibbrandt und Karl Stump, die für die Ukraine-Deutschen auf den besetzten Gebieten in vielerlei Hinsicht eine Schlüsselrolle einnahmen. Vor dem Krieg arbeitete Leibbrandt unter der Leitung von Alfred Rosenberg in führender Position im Außenpolitischen Amt der NSDAP und war dort für die Ostfragen zuständig. Stump leitete seit Herbst 1938 die Forschungsstelle des Russlanddeutschstums, die vom DAI zusammen mit dem Verband der Russlanddeutschen eingerichtet wurde. An dieser Stelle verwaltete Stump die Orts- und Personenkartei und versorgte später die Wehrmacht und SS mit Informationen über die Deutschen in der Ukraine. Wie die bisherige Forschung zeigt, war das Jahr 1937 für die NS-Politik gegenüber den Volksdeutschen eine Zäsur. Zur Jahreswende 1936-37 endete die erste Phase nationalsozialistischer Volkstumsarbeit, die von der Gleichschaltung und Konzentration der heterogenen und konkurrierenden volkstumspolitischen Aktivitäten mit dem Ziel ihrer Indienstnahme für eine nationalsozialistische Außenpolitik geprägt war. Das bedeutet, man hat halt versucht, die Leute, die dort schon lebten, in der Ukraine, hier aus Deutschland aus durch die Presse, durch irgendwelche Schriften zu beeinflussen, so dass sie in der Ukraine schon eine Vorarbeit leisten, die für Deutschland später günstig sein wird, sprich eine leichtere Übernahme möglich machen wird. Am 1. Februar 1937 erfolgte die Übernahme der Volkstumspolitik durch die neu gegründete Zentrale für Volkstumsfragen, die fortan offiziell Volksdeutsche Mittelstelle hieß und den Auftrag erhielt, die Arbeiter verschiedener Dienststellen zu koordinieren. Wenig später wurden der VOMI, der Volksbund für das Deutschtum im Ausland und der Bund Deutscher Osten unterstellt. Mit den BDO übernahm die VOMI auch seinen Geschäftsführer Horst Hofmeyer, der im VOMI Hauptamt seit 1938 Abteilung Sicherung deutschen Volkstums in den Neuen Ostgebieten leitete. Also wie man sieht, es war von Anfang an geplant, diese Deutschen, die in Ukraine lebten, für Deutschland einzusetzen. Für welche Zwecke? Das kommt gleich. Die Zahl der umgesiedelten Volksdeutschen erforderte zusätzliches Personal, sodass zahlreiche Volkszumsforscher des DAI, darunter auch Stump, den SS-Umsiedlungsbehörden zur Verfügung gestellt wurden. Vor und auch nach dem Angriff auf die Sowjetunion waren in Berlin die Vorstellungen über die Rolle, die den Volksdeutschen in der besetzten Sowjetunion zukommen sollte, wenn nicht konkret und oft widersprüchlich. Also man wusste nicht, was mit diesen deutschen Siedlern zu tun ist. Wie soll man sie einsetzen? Das war nicht klar. Da war man sich nicht einheitlich. Dies resultierte auch aus dem Mangel an Informationen über den Zustand der deutschen Minderheit in der UdSSR und ging mit Befürchtungen einher, die bolschewistisch sehr stark beeinflussten Deutschen in der Sowjetunion hätten ihr Deutschtum aufgegeben. Tja, was? Man befürchtete, dass die Deutschen einfach bolschewistisch angehaucht werden. Aber so wie das hier in der gleichen Arbeit davor beschrieben, hieß es doch immer, die Deutschen haben sich immer gewehrt gegen die Bolschewisierung und die Kolchosisierung, Kollektivierung. Also stimmt es nicht, viele haben sich nicht gewehrt, weil die Logik für die Kollektivierung war da, die war gegeben. Weil landwirtschaftlich machte es mehr Sinn, ein großes Stück Land gemeinsam zu bearbeiten, als jeder sein kleines Stückchen Land mit seinem Pferd zu bearbeiten. Landwirtschaftlich macht es mehr Sinn, ein großes Stück, weil das kann man dann in drei Teile unterteilen und drei Felder an Wirtschaft betreiben, die sehr viel effizienter und moderner war, als die uraltertümliche Ein- oder Zweifeld Wirtschaft. Natürlich und da hatte man viel mehr Ertrag und so weiter. Dann gab es noch andere Sachen, zum Beispiel die Medizin war in Zaren Russland sehr sehr zurück geblieben. Es war extrem zurückgebliebene Medizin. Als Beispiel als der beim Anschlag auf Alexander auf den Zaren Alexander der Dritte hat einer praktisch eine Bombe geworfen in seinen Wagen seinen Pferdewagen und es hat dem Zaren das Bein abgerissen. Sprich die Arterie war offen und anstatt dem zum Arzt zu fahren und das Bein abzubinden damit die Blutung aufhört haben sie in das Schloss zurück gefahren in sein zu Hause quasi in sein Schloss und dort hat er gebetet bis er verblutet ist. Dem hat nur das Bein abgerissen. in Anführungszeichen nur so rückständig war die Medizin in Zaren Russland unglaublich wenn man das liest dann denkst da ticken die nicht richtig Bein abgerissen ist kein Todesurteil einfach abbinden das Ganze und er überlebt ja nein die haben ins Schloss gefahren und haben dann zusammen gebetet und dann ist er gestorben und solche Sachen dann normale Otto Normalverbraucher Arbeiter der konnte sich sowieso keinen Arzt leisten und die Bolschewisten die haben kostenlose Medizin eingeführt und kostenlose Bildung kostenlose Schulbildung das waren die Vorteile und die Deutschen die Ukraine Deutschen die haben das natürlich auch alles gesehen sie konnten auch ihre Kinder dann auf die Schule schicken und auf die Uni schicken und das hat nichts gekostet die bolschewistisch sehr stark beentflussten Deutschen so wie sie hatten ihr Deutschtum aufgegeben natürlich die haben die Vorteile auch gesehen deswegen nicht alle es haben sich welche gewährt gegen die Bolschewisierung aber nicht alle so einige NS Behörden gingen jedoch davon aus dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen durch das während der letzten 20 Jahre von der Sowjet zugefügte Leid vom Kommunismus gründlich geheilt worden ist sie meinten die dort lebenden Deutschen verfügten über genug volksbiologische Kräfte volksbiologische Kräfte was auch immer das sein soll diese ganzen Begriffe hat sich Hitler ausgedacht volksbiologische Kräfte Hitler und Rosenberg das war auch so einer so ein Mystiker der hat sich solche Begriffe ausgedacht volksbiologische Kräfte was soll das bitte sein um als ein wertvolles Instrument der nationalsozialistischen Siedlungspolitik im Osten gelten zu können und das war ja eigentlich weil viele sagen Angriff auf Russland war wahnsinnig ne es war nicht wahnsinnig es wurde einfach die Bevölkerung falsch eingeschätzt die haben gedacht wir greifen jetzt an und die ganze Bevölkerung in Russland die hilft uns die startet sofort einen Aufstand um die sowjetische Regierung zu stürzen weil die Sowjets haben dem Land so viel Leid zugefügt so viel Leid aber wenn du die Geschichte von Russland davor kennst vor 20 Jahren vor 30 Jahren vor 40 Jahren was da abging einfach da wundert dich nicht dass die Leute für Bolschewiken waren die waren für die Sowjetregierung ich lese euch bloß mal ein Stückchen vor und und zwar das war in Russland im Zar in Russland war es den Frauen nicht möglich eine Hochschulbildung zu bekommen an die Frauen durften nicht an eine Uni gehen es gab zwischenzeitlich so hin und wieder mal so Frauen Unis wurden mal eröffnet dann wieder geschlossen ich weiß nicht wovor sie Angst hatten warum mussten sie die Frauen von der Hochschulbildung abhalten ich aber nicht in zahlen Russland und da gibt es eine gab es eine revolutionäre es war keine bolschewiken sie war die sogenannten sozialrevolutionäre die SR genannte Partei das war eine sozialistische Partei aber SR hießen die und die hatten auch dann ihren Widerstand gegen die Bolschewiken so und Vera Figner Figner gab es auch einen deutschen Heeresführer einen großen und sie war mit dem Verwandt und Vera Figner in Russland die hatte eben versucht eine ärztliche Hochschulbildung zu bekommen die wollte Ärztin werden sie ist auf eine Hebammenschule gegangen dann um die ärztliche Ausbildung zu bekommen konnte sie in Russland nicht gab keine Möglichkeiten dann hat sie so einen Trick durchgeführt und zwar die Frauen in Russland durften auch keine Pässe bekommen die hatten keinen Pass eine Frau in Zaren Russland hat keinen Pass bekommen und somit kommst du ja nicht in ein anderes Land ohne Pass kannst du nicht ausreisen so um eine ärztliche Ausbildung zu bekommen um ein Arzt zu werden musste sie ins Ausland aber wie wenn du keinen Reisepass kriegst also hat sie einen Typen geheiratet der war Zollbeamte und beim Zoll hast du immer gut Schmiergeld gekriegt das war gut dann hat sie ihn dazu überredet dass er diese Stelle kündigt und mit ihr in die Schweiz fährt und dort eine Ausbildung zum Arzt macht sie hat ihn dazu überredet sie sind zusammen in die Schweiz und sind dort auf die Uni gegangen haben gelernt bis dann der Zar gesagt hat alle russischen Untertanen das war ja nicht so wie heute Bürger Staatsbürger sondern du warst Untertanen bei einem Imperium und Untertanen bist überall auf der Welt egal wo du kannst nicht deine Staatsbürgerschaft wechseln wenn du Untertanen bist das geht nicht du kannst nicht die russische Staatsbürgerschaft ablegen und die schweizerische annehmen ging nicht also der Zar hat befolgen du musst es folgen und die Untertanen und der Mann von Vera Figner der ist halt dem Befehl gefolgt und ist wieder zurück nach Russland weil der Zar befolgen hat alle Untertanen sollen nach Russland zurückkehren Vera Figner blieb aber in der Schweiz machte ihre Ausbildung fertig dann kehrte sie zurück nach Russland und hat dann dort versucht die Leute zu behandeln eine Praxis aufmachen ging nicht es war nicht möglich weil es war staatlich nicht zugelassen also ist sie durch Dörfer durchgefahren und hat in den russischen Dörfern die Leute behandelt wie sie konnte und darüber schreibt sie genau der zweite war es so schreibt die Vera Figner ich nahm meine offiziellen Aufgaben auf 18 von 30 Tagen war ich von zu Hause weg auf der Reise durch Dörfer und diese Tage gaben mir die Gelegenheit in das Elend und die Armut und das Leiden der Menschen einzutauchen ich hielt mich meistens in einer Baracke auf wo sofort die Kranken rein strömten mir nachrichtig von Dorfsprecher 30 bis 40 Patienten füllten sofort die Hütte alte und junge eine große Anzahl von Frauen noch mehr Kinder jeden Alters die Luft mit allerlei Geschrei erfüllten schmutzig abgemagert es war unmöglich gleichgültig zu bleiben bei der Ansicht der kranken Menschen chronische Krankheiten bei jedem Erwachsenen Rheuma Kopfschmerzen die seit 10 bis 15 Jahren andauern fast jeder liet an Hautkrankheiten selten gab es im Dorf Bäder in den allermeisten Fällen wurden sie durch Waschen in einem russischen Ofen ersetzt das bedeutet also im Ofen hat man Wasser warm gemacht und dann sich ein bisschen so abgeputzt also gebadet hat man überhaupt nicht fast so unheilbare Magen und Darmentzündungen und auf hohe Entfernung hörbare Brustrassen das heißt der Mensch atmet und du hörst dass er Löcher in der Lunge hat Tuberkulose Syphilis Syphilis war ein richtig krasses Problem wo man uns heute in Russland erzählt in den Nachrichten dass alle so gläubig waren bla 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 circa 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung lieten in Zaren Russland an Syphilis das muss man sich vorstellen die kein Alter verschont Schorf Syphilis wird an die Kinder auch weiter gegeben das war das krasse Schorf Geschwüre ohne Ende und das alles bei so unvorstellbarem Schmutz der Wohnungen und Kleider bei so ungesunder und dürftiger Nahrung dass du bei der Frage verdutzt innehältst ist das das Leben eines Tieres oder eines Menschen Schreibt sie weiter oft flossen mir die Tränen wie Hagel in die Tränke und Tropfen die ich für diese Elendigen zubereitete ihr Leben so erschien es mir unterschied sich kaum von dem Leben der 40 Millionen Parias Indiens das Jacoliot so meisterhaft beschrieben hat Jacoliot ist ein französischer Autor gewesen das heißt sie hat irgendwelche Mixturen für diese Leute vorbereitet hat versucht sie zu heilen und da weinte sie dabei so krass hatte sie betroffen so persönlich musst du mal vorstellen das war die das war die Medizin im zaristischen Russland also wer heute noch es gibt ja noch Leute die sind Monarchisten und die sagen der Putin ist unser neuer Monarch der Zar die haben nicht alle Tasten im Schrank die wissen einfach nicht wie es da abgelaufen ist weil die nichts lesen die lesen keine Bücher die Leute die lesen keine Geschichtsbücher man muss Geschichtsbücher lesen sonst erfährt man solche Sachen nicht so und also die Vera Figner das war praktisch ihre das waren ihre Memoiren die mehrere Bücher geschrieben sie saß dann auch im Knast und was sie im Knast vollbracht hat das war sowieso das ist eine extra Geschichte für sich kann ich vielleicht irgendwann mal auch erzählen wenn ihr wollt das war eine kleine Frau vielleicht 1,65 groß und ihr war du musst ihren Mut bewundern sie hat sich so für die Leute eingesetzt unglaublich das würde nicht jeder Mann schaffen die hat im Knast hatte sie praktisch die haben gegen die Knastwärter einen Kampf betrieben um praktisch ihre Rechte um mehr Rechte zu bekommen weil sie durften in ihrer Kammer nur sitzen oder liegen mit dem Gesicht zur Wand es wurde sogar vorgeschrieben wie du in der Koje liegen darfst und dann hat sie praktisch um da mir Rechte zu bekommen da hat sie einem Knastwärter in die Fresse gekaut eine Watsche gegeben und er gedacht okay wenn ich dran glauben muss dann ist das so dann muss ich sterben dann sterbe ich aber sie wurde dann zum Knastdirektor gerufen und er hat sie ausgefragt warum hat sie das gemacht weil das kein Leben ist das wir hier führen da ist der Tod lieber und dann der Knastwärter hat gesagt okay ihr kriegt jeder kriegt so ein kleinen Stückchen Garten und dann könnt ihr ein bisschen Obst und Gemüse Anbau betreiben das war im Knast wo du eigentlich nichts machen darfst war das ein riesen riesen Ding und das war die kleine Vera Figner die das gemacht hat eine Revolutionärin und heute regen sich die Leute auf wenn jemand so Streik in der Firma streikt für zwei Prozent mehr Lohn ja wer kein Beruf wer kein Arbeitskampf betreibt der der verliert weil der Arbeitgeber versucht immer die Löhne zu drücken ist ja klar Geschichte lesen das bildet was war in der Vergangenheit und das lesen wir aus der Geschichte raus also weiter geht's mit der Arbeit hier man wusste also nicht was mit den deutschen Siedlern zu tun ist so in verschiedenen Denkschriften des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete war von Entnahme großer Kontingente der Deutschen aus ihren Siedlungsgebieten zur Ansiedlung beispielsweise im Baltikum oder zu Umsiedlungen innerhalb der Ukraine die Rede hier was wollte man hier machen man wollte halt die Gebiete Ukraine in erster Linie Ukraine ist sehr fruchtbares Land praktisch wenn man da was anbaut da kommt ein guter Ertrag dabei raus und man wollte aber die Russen und so weg und hier nur die Deutschen ansiedeln und dazu sollten in erster Linie diese Ukraine Deutschen verwendet werden so auf der einen Seite wurden die Pläne entwickelt wonach die Ukraine Deutschen genau wie die Deutschen im Baltikum zur Bildung einer ganzen Reihe von stützpunktartigen Siedlungsbrücken oder Siedlungsperlen Zwecks Sicherung von Transportwegen und so weiter und beziehungsweise zusammen gesiedelt werden müssten also es geht auch wieder um eine Zwangsumsiedlung zwar nicht nach Kasachstan aber trotzdem man musste weg von zu Hause und irgendwo neu angesiedelt werden so auf der anderen Seite wurde aber auch über die mögliche Übersiedlung aus den besetzten Ostgebieten ins Reich diskutiert das heißt praktisch von der Ukraine zurück ins Reich übersiedeln auch eine Zwangsumsiedlung betrachte es wie es will sagst ja aber dafür lebst du dann im schönen Deutschland und nicht mehr aber du wirst aus deinem gewohnten Zuhause rausgerissen und wirst irgendwohin verfrachtet warum wollte man das machen klar Arbeitskräfte wurden gebraucht und natürlich Soldaten für die Wehrmacht auch wieder so angesichts der großen Zahl der Umsiedler in der FOMI Sammellagern neigte die SS Führung aber dazu diese Volksdeutschen in den besetzten Gebieten einzusetzen ach so hier zu Siedlungsbrücken und Sicherung von Transportwegen was das bedeutet das bedeutet die ganzen Versorgungseisenbahnen die praktisch über die die Wehrmacht die weiterhin Richtung Moskau marschiert über diese Eisenbahnen wird ja die Wehrmacht versorgt und was machen die Partisanen die Partisanen sprengen diese Eisenbahnwege ständig also würde man hier entlang dieser Eisenbahnen solche deutsche Siedlungen gründen damit diese deutschen Siedler die Eisenbahn quasi gleich mit bewachen und die Partisanen da weg halten davon ist da praktisch die Rede bei der Sicherung von Transportwegen Der Einsatz in ihren alten Siedlungsgebieten versuchten die NS-Forscher durch den Hinweis auf die starke wirtschaftliche Leistung der einstigen deutschen Kolonien Südrusslands zu untermauern Auch eine völlige Eindeutschung der Krim wurde als eine Art Entschädigung für den nach 1914 verloren gegangenen deutschen Bodenbesitz und andere Vermögenswerte in Betracht gezogen Mit einer Reihe von Umsiedlungsaktionen sollte unmittelbar nach dem siegreichen Kriegsende begonnen werden Einige Umsiedlungen wurden zumindest teilweise in der schon kurz nach dem Einmarsch der Wehrmacht durchgeführt Die Frage warum unmittelbar nach dem siegreichen Kriegsende begonnen werden weil man hat ja damit gerechnet Adolf Hitler und die Operation Barbarossa geplant haben praktisch 22. Juni ist der Überfall und so ungefähr 30. Oktober sind wir schon in Moskau hat leider nicht geklappt leider für Hitler meine ich jetzt so also die haben überhaupt nicht gerechnet dass der Krieg sich so in die Dinge zieht wie gesagt die haben gedacht das russische Volk wird sofort auferstehen und einen Aufstand gegen Stalin machen und mit den Deutschen praktisch kämpfen gegen die Bolschewisten aber die Russen wollten nicht die wollten den Stalin behalten da der Halbinsel Krim wegen ihrer wichtigen strategischen Lage in der nationalsozialistischen Konzeption ein hoher Stellenwert zukam sollte das General Kommissariat Taurien das heißt die Halbinsel mit den anliegenden Festlandkreisen nach einer 25-jährigen Übergangsphase als germanisches Gotenland sogenannte Gotengau in das Deutsche Reich eingegliedert werden dazu gibt es einen Ausschnitt vielleicht kennt von euch jemand den Film Stalingrad den deutschen Film von 1992 oder 1993 glaube ich da gibt so ein Gespräch wo sie praktisch im Zug fahren und dann sprechen sie ja ich kriege da ein Stückchen Land oder so darüber ist da die Rede dass sie praktisch ein Stückchen Land jeder kriegt ein Stückchen Land und ist da quasi dann ein deutscher GAU dann quasi so deutscher Siedlungsgebiet in Folge der sowjetischen Deportation von circa 50.000 Deutschen im August 1941 haben die Besatzer auf der Krim nur noch wenige hundert nach anderen Angaben 5.000 bis 6.000 Deutsche vorgefunden also waren nicht mit Deutsch Krim es wurden daher Pläne diskutiert die Halbinsel nach der Deportation der einheimischen Bevölkerung circa 700.000 Leute mussten praktisch zwangs deportiert werden irgendwo hin mit deutschen Bauern aus Südtirol aus Transnistrien oder sogar aus Palästina neu zu besiedeln Ich wusste nicht dass es in Palästina deutsche Bauern gab aber die Bauern aus Bayern oder Südtirol da umzusiedeln würde ja wahrscheinlich weniger Sinn machen weil die Bauern ja hier schon was ab und wenn ich die von hier nach Krim schicke wer baut dann hier was an und bis die in Krim ankommen und dort einen Ertrag anfangen einen Ertrag zu erhalten wird es auch dauern so der Deportationsbefehl wurde am 3. Juli 1942 erteilt die entsprechende Aktion wurde jedoch nicht durchgeführt und auf einen günstigeren Zeitpunkt nach dem Krieg verschoben die Volksdeutschen sollten nach und nach in eigenen Dörfern oder Stadtvierteln zusammen gesiedelt werden was nicht nur den Grundsätzen der himmlerschen Ostsiedlungspolitik sondern auch den Wünschen Fehler von ihnen entsprach die ersten Zusammensiedlungen wurden noch im Herbst 1941 vom Sonderkommando Russland in Transnistrien mit dem Ziel eingeleitet das volkspolitisch aufs schwerste gefährdete Streudeutschtum in homogenen deutschen Siedlungen zu isolieren bis bis März 1942 fanden Bewohner aus 80 verstreuten deutschen Ortschaften in geschlossenen Gemeinden ihren neuen Wohnsitz also da wurde schon eine Zwangsumsiedlung betrieben und warum ist diese Zwangsumsiedlung besser als die vom Stalin weiß ich nicht weil man nicht nach Kasachstan befördert wurde und musste nicht erfrieren vielleicht hat man was zu messen gekriegt okay dadurch war das schon besser aber dann wurde man angestellt und musste Sachen für die SS machen was wahrscheinlich aus heutiger Sicht natürlich klar ist dass das nicht so gut war so die nächste Zusammenziehung der deutschen Bevölkerung wurde von Himmler in seiner Eigenschaft als Reichskommissar für die Festigung deutsches Volkstums also kurz RKF im September 1942 in Wolinien befolgen hier sollte die Bevölkerungsverschiebung ein größeres Ausmaß erreichen und bis zu 43.000 Volksdeutsche aus dem Generalkommissariat Shitomir betreffen die Registrierung der Umsiedlungswilligen und ihre anschließende berufliche und soziale Betreuung übernahm die VOMI Die Durchführung der Umsiedlungen und den Einsatz der Volksdeutschen in den Gemeinschaften der Siedlung oblag hingegen dem Sonderstab Henschel des RKF benannt nach dem Leiter dieses Kommandos SS Standartenführer Theodor Henschel Die Umsiedler wurden von Mitte Oktober bis Mitte November 1942 auch zur Sicherung Banden gefährdeter Orte auf drei kompakte volksdeutsche Siedlungskolonien verteilt In Korosten Hegewald in der Nähe von Shitomir mit 10.000 Personen in über 20 Ortschaften und in Försterstadt bei Cerniachiv und in den Führerhauptquartier Werwolf bei Vinica Ebenso wie die Umsiedlungen in der Region Sammos im Generalgouvernement war das Vorhaben im Reichskommissariat Ukraine ein Teil des Generalplans Ost und brauchte rücksichtslose Enteignungen und Vertreibungen polnischer wie ukrainischer Bevölkerung in den betroffenen Dörfern mit sich Das primäre Ziel der Ansiedlung war die Sicherung der wichtigsten Transportwege Hier geht es auch wieder um Sicherung der Transportwege Der Krieg hat sich schon lange hingezogen Die Transportwege wurden immer wieder von Partisanen überfallen Es heißt auch Bandengebiet Banden sind die Partisanen quasi Und durch die Ansiedlung der deutschen Siedler wollte man dieses Problem quasi beheben bis 16. Jahrhundert wurde auf der Krim noch Schwedisch gesprochen wegen der Gurten Also die Schweden die Gurten die waren damals überall unterwegs das stimmt aber auf der Krim waren eigentlich die Tataren sehr stark also da wurde vielmehr türkisch gesprochen Krim Tataren haben eine türkische Sprache Hauptsächlich wurde da türkisch gesprochen So Jetzt bin ich mal auf der Seite 14 2 Uhr nachts Ich glaube wir machen jetzt Schluss und dann muss man Teil 3 noch draus machen das ist das wird zu hart heute noch alles fertig zu lesen vor allem ich schweife immer so viel aus ne also ich hoffe das war interessant Leute ja die wikinger die waren überall unterwegs damals das stimmt schon die waren sehr stark und was viele heute nicht verstehen damals gab es kein Staat in dem Sinne es gab kein Land sondern das war das wikinger gebiet das war russengebiet das war germanengebiet aber so richtige staatsgrenzen gab es nicht staatsregierung gab es nicht und das war also so hin und hier immer ne ja also dann freut mich dass euch gefallen hat bis zum nächsten mal adios servus land an bis wirklich was il w biggest Vielen Dank.